Der Bahnknotenhalle Saale wird komplett erneuert. Er erhält elektronische Stellwerke und für den Güterverkehr eine neue Zugbildungsanlage. Das übergeordnete Projektziel ist die Anbindung der Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Berlin an den Bahnknotenhalle bis zum Jahr 2017. Mit dem Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 8, kurz VDE 8, wird die Fahrzeit zwischen München und Berlin von rund 6 auf 4 Stunden verkürzt. Es besteht aus Teilprojekten. Der Aus- und Neubaustrecke 8.1 zwischen Nürnberg und Erfurt, der Neubaustrecke 8.2 zwischen Erfurt und Leipzig-Halle und der Ausbaustrecke 8.3 Leipzig-Halle-Berlin. Der Bahnknotenhalle wird ein zentraler Verknüpfungspunkt im Netz und gewinnt weiter an Bedeutung. Ziel des Umbaus ist eine Verkürzung der Reisezeiten im Bereich des Knotens durch die Erhöhung der Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten, insbesondere auf den rot und schwarz eingezeichneten Strecken. 80 bis 160 Kilometer pro Stunde schnell können die Züge nach dem Umbau im Bereich des Bahnknotens fahren und so die auf der Aus- und Neubaustrecke erzielten Fahrzeitgewinne erhalten. Die Arbeiten umfassen eine Bauabschnittslänge von 9 Kilometern. Sie finden nach modernsten europäischen Standards den sogenannten TSI-Festlegungen statt. Mit ihnen soll erreicht werden, dass in ganz Europa alle in- und ausländischen Eisenbahnunternehmen die Bahnanlagen gleichberechtigt nutzen können. Die Baumaßnahmen betreffen nicht nur den Personenverkehr. Für den Güterverkehr entsteht mitten in Halle, grün markiert, ein neuer Rangierbahnhof, eine der modernsten Zugbildungsanlagen Europas. Die Güterzüge kommen von Nordost über die Einfahrtsgleise, die sogenannte Einfahrgruppe, in die Anlage. Über ein Ablaufstellwerk werden innerhalb von Sekunden die Weichen für die einzelnen Wagen zum passenden Richtungsgleis gestellt. 120 Wagen können so innerhalb einer Stunde komplett neu sortiert werden. Insgesamt 36 Richtungsgleise wird es in Halle geben, die alle neu entstehen. Bereits im Jahr 2012 ist mit der Modernisierung der Zugbildungsanlage begonnen worden. Im Jahr 2017 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, dann ist sie ein Knotenpunkt für den gesamten Güterverkehr im Osten. Auch außerhalb der Zugbildungsanlage wird der gesamte Spurplan erneuert und den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts angepasst. 50 Kilometer Gleise und rund 200 Weichen werden erneuert. Der Gleisumbau erfolgt konventionell. Das bedeutet, dass die Oberfläche des Unterbaus, die sogenannte Planumsschicht, mit einer Raupe hergestellt wird. Darauf erfolgt ein klassischer Oberbau. Die Schienen liegen auf Schwellen im Schotterbett. Brücken, Kreuzungs- und Stützungsbauwerke werden neu gebaut oder angepasst, ein Bahnübergang beseitigt. Der gesamte Bereich um den Knoten ist schalltechnisch untersucht worden. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen entstehen hoch absorbierende Schallschutzwände. Diese aktiven Schallschutzmaßnahmen werden, wo nötig, von passiven Maßnahmen begleitet, etwa dem Einbau von Schallschutzfenstern. Die technische Ausrüstung wird im Grunde komplett erneuert. Alle Oberleitungen werden ausgetauscht. Daneben ein Schaltposten, zwei Trafostationen und Fernwirkanlagen. Um die Grundlage für einen modernen Zugverkehr zu schaffen, wird der gesamte Knoten mit elektronischer Stellwerkstechnik, kurz ESTW, ausgerüstet. 21 Stellwerke hat es noch im Jahr 2013 gegeben, farbig markiert, mit ihren jeweiligen Wirkungsbereichen. Nach dem Umbau wird es nur noch zwei Steuerbereiche geben. Einen für die ZBA in grün dargestellt und einen für den Knoten gelb gekennzeichnet. Der Umbau erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Dazu werden Teile der Bahnsteige und der Zugangstunnel zu den Bahnsteigen abschnittsweise gesperrt und umgebaut. Die Länge und Höhe der Bahnsteige, die Beleuchtung und der Abstand zwischen den Gleisen werden an die Bedürfnisse des Hochgeschwindigkeitsverkehrs angepasst. Daher wird es zwei neu gebaute Bahnsteige auf der Westseite und zwei auf der Ostseite des Hauptbahnhofs geben. Im Jahr 2016 wird der Umbau der Bahnsteige beendet sein. Auf der Westseite des Bahnhofs wird im Jahr 2018 mit der Fertigstellung der S-Bahn der gesamte Umbau abgeschlossen sein. Im Jahr 2017 werden die neuen Bahnlinien in Betrieb genommen und schnellere Reisezeiten ermöglichen. Die neue Bahnmagistrale kann mit Geschwindigkeiten bis 300 km pro Stunde befahren werden. Die Auswirkungen auf die Reisezeiten sind enorm. Schon seit 2006 geht es zwischen Halle und Berlin rund eine Stunde und zehn Minuten schneller. Halle Frankfurt verkürzt sich 2017 um rund 55 Minuten. Halle Erfurt um rund 50 Minuten. Die Fahrt Halle Nürnberg wird sogar eine Stunde und 35 Minuten kürzer im Jahr 2017. Dann dauert Halle München noch drei Stunden fünf Minuten, eine Stunde 35 Minuten weniger als heute. Die Schiene wird zur Alternative zu Luft und Straße. In dem getakteten Netz bieten sich an den Knoten bequeme Übergänge in die anderen Schnellverkehrslinien oder den Regionalverkehr. Als eines der größten Vorhaben der Verkehrsprojekte Deutscher Einheit hat die Neu- und Ausbaustrecke noch eine weit darüber hinausgehende europäische Dimension. In Blau die Fernbahntrassen und Korridore der EU, die transeuropäischen Netze, kurz TEN. Die Aus- und Neubaustrecke Nürnberg, Erfurt, Leipzig, Halle, Berlin ist eine zentrale Verbindung für die Ost-West-Verbindung in Hellblau von Frankreich bis Polen und für die Nord-Süd-Verbindung in Magenta von Süditalien bis Skandinavien. Das Projekt VDE8 – ein Lückenschluss im europäischen Schnellfahrtnetz. Die Aus- und Neubaustrecke Nürnberg, Erfurt, Leipzig, Halle, Berlin, Berlin